youtube herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge vor 76 was war das jetzt so ist das weitergehen jetzt müssen wir ich habe nämlich noch mal zurück rennen müssen ich habe vergessen die nachricht zu hinterlassen jetzt habe ich das schnell noch mal gemacht wie schnell heim hat mein inventar etwas gelehrt leider nicht genug nicht licht ausreichend ich weiß nicht ich habe von irgendwas so viel einhänge da muss ich noch schauen jetzt muss ich aber empfinden und ich weiß auch wo die sind ganz zufälligerweise dann rennen wir uns dahin und machen das aber hätte ich vielleicht ich weiß gar nicht diverses ist es wiegt das alles was ein bisschen was schießpulver naja das ist schon der hafen ok notizen die wiegen alle eh nix oder das hat was barblan jagdgewehr die barblan jagdgewehr bringt ja nix habe ich hier was brauche ich in barblan wird jagdgewehr wenn ich das beste jagdgewehr hier hab schon so komm wir bauen das mitten im weg und tötet leute auf die seite na super Moment bin ich richtig unterwegs ne warte mal da gibt es doch irgendwo ne mine die hier oder werkwerk ja genau da müssen wir hin werkwerk müssen wir hin da können wir die leute finden die wir suchen und das machen wir jetzt schnell hätte ich gesagt auf die garen Gibt es da hinten wieder ein bisschen action Ne scheint nicht so Alles ruhig ok super super Waffe rausholen Ah ja die habe ich ja weggepackt Ah warte da muss ich kurz was Automatisches Impro So Habe ich kaum noch munition ich brauche echt mehr munition Au Ich weiß gar nicht oh ja komm zerlegen das geht schon Wurscht ob ich voll bin auch die waffe ist gleich im arsch Das war gar nicht gut Hier muss ich dann schnell irgendwie reparieren Wo denn Wo denn? Da oben Ok Meine Hoffnung war dass ich das zum explodieren bringen kann aber den ist halt nicht so Mal gucken wie komme ich da jetzt hoch wieder schnell so Wer schießt zu spät und nachvollziehen? Geht gleich her Ah da kann man gleich zerlegen Warte geht man nur auf Waffen Ich kriege eh nix mehr raus Ah, nix mehr. Wir gehen schnell rein und machen das. Ich will leveln. Jetzt bin ich eh schon fast double 10. Dann kann ich auch die... eine bessere Waffe nehmen, die ich im Inventar habe. Die habe ich leider nicht. Nur eine. So. Lass mal gucken. Da sind schon alle zerbröselt. Das ist heftig. Da ist was Heftiges drin. Komm, die Sichel kannst du da gehalten. Das brauche ich nicht. Mach nur gute Sachen, Bleach. Au, fuck. Wo denn? Heftig. Der auf der Distanz da ist ein bisschen blöd, finde ich. Was soll ich machen? Ha! Uh, gut. Jagdgewehr. Ey, vielleicht kann ich beim level 10 Jagdgewehr herstellen. Das einzige, was ich will, ist ja... ist ja endlich mal dieses... Waffencrafting... Stufe 1. Keine Ahnung, wann ich das kriege. Pass auf, wir könnten uns eigentlich einmal bewaffnen mit solchen... Mollys. Toot. Geht nicht so weit. Ja. Hören Sie auf damit. Ich kann mich nicht heilen. Also doch. Keine Ahnung, was da war. Ne? Was ist los? Was? Nicht? Nicht? Scheiße, jetzt bin ich gleich im Arsch, wegen der Kack. Die Waffe muss ich dann auch reparieren. Ja, okay. Ich auch. Aber nur, wenn man lieb zu mir ist und mich streichelt und zärtlich. Tschüss. Na, dann aber nur. Hallo, interagiere mit dem. Und los. Oh Gott. Ja. Ja, daneben. Oh Gott sei Dank. Danke. Gut, dass es noch Menschen mit Herz gibt. Also hat Dutchess dich zur Rettung geschickt? Du Mutantenmeister. Mutantenmeister. Das weiß ich zu schätzen, aber momentan braucht jemand anders deine Hilfe. Diese Verbrannten haben die Bar ausgeraumt. Darum haben meine Robo-Schwester Polly und ich sie verfolgt. Robo-Schwester. Um sie auszuräuchern. Die gute alte Robo-Schwester. Joy toy. Sie haben uns gesehen. Polly hat sie tiefer in die Mine getrieben. Ich hörte Kampfgeräusche. Aber dann... Nichts. Sie muss verletzt sein. Bitte. Du musst Polly finden. Sie darf nicht wegen mir... Bitte. Finde sie einfach. Okay. Easy. Dafür bin ich dir echt dankbar. Bring sie einfach zurück ins Wayward. Ich werde dort warten. Und sag ihr... Sag ihr, es tut mir leid, dass ich sie nicht retten konnte. Wäre wenigstens leidend, wenn er mir Munition geben würde oder sowas. Komm, die letzten 13 Schuße. Einen kriege ich noch weg. Der ist schon tot, denke ich. Nicht mehr. So, sechs Schuss noch. Einen kriege ich wirklich noch weg. Und ich glaube, dann war es das. Dann muss ich eine andere Knarre rausholen hier. Scheiße, er hat nicht zogen. Warum nehme ich eigentlich die Knarre? Das ist ein Blödsinn. Wo denn? Wo denn? Ich sehe den nicht. Ah, da unter der Treppe. Ich komme, ich glaube, wenn ich die Mission erfüllt habe. Ich habe keinen Skill dafür. Scheiße, Alter. Ich glaube, wenn ich die Mission erfüllt habe, bin ich hoffentlich der Level 10. Dann schauen wir mal, was wir so herstellen können oder so. Es ist halt wichtig, dass ich genug Schrott mitnehme. Brandaxt. Ja, okay, komm. So, da warst du irgendwo. Wo bist du denn jetzt? Wo liegt denn dein Typ? Er war doch unter der Treppe, oder nicht? Jetzt erzähl mir nichts. Ist er runtergefallen vielleicht? Nein. Ob ich den Code noch weiß? 071990. Oh, ich bin hier ungut, oder? Mein Gedächtnis ist einfach optimal. Genial. Ja, Problem ist, ich habe immer noch keine Karte dafür. Kriege ich die dann? Oder habe ich schon was? Kriege ich die dann irgendwann einmal so in einer Mission, oder? Oder wie schon mal aus? Oder mal vielleicht diese Rachwolke. Rachwolke, dieser Aschehafen, so. Irgendwo hier? Gib mir eine Sekunde. Ich will nur kurz gucken. Ah, okay. Das ist dein Körper, nehme ich an. Was war das? Was habe ich denn jetzt aufgehoben? Scheißentrick. Schön. Scheint so. Hast du zufällig auf dem Weg hierher einen jungen Mann gesehen? Anfang 20, bisschen durch den Wind und mit einer extra Portion Blei im Körper? Ja, habe ich. Ganz zufällig. Erlebt? Gott sei Dank. Bin ich erleichtert. So. Wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig helfen? Du bringst mich zurück zum Wayward und ich helfe dir alles zu rüsten, was uns auf dem Weg nach draußen in die Quere kommt. Gut, machen wir das so. Perfekt. Also dann lass uns mal. Hä? Hörst du das? Klingt, als ob sie sich neu formiert hätten. Wollen wir sie in Heim zahlen? Das hörst du sicher oft. Aber du hast wirklich unglaublich weiche Hände. Das höre ich gar nicht so oft. Eigentlich gibt es immer Beschwerden. Weil ich aufschmiedle mir ein Ding, ne? Ach so, der ist ja schon tot. Hey ho. Oh, 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 oh. Bis dahin. Achtung. Geil, Leute. Warte, dann habe ich das Bein wegballert. Und ich bin so heftig. Asche zu Asche. Und Staub zu Staub. Habe ich denn Angst? So, jetzt da. Gar nichts hier. Schrotpatronen. Pumpe. Pistel. Aber wo kriege ich die Zugangskarte? Das würde mich voll interessieren, ehrlich gesagt. Warte, gehen wir gleich runter. Warte, kurz. Mal kurz hier gucken. Leucht. Leuchtpistole. Ah, 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 ah. Ja, Zugangskarte ist nicht. Keine Ahnung, wo ich die herkriegen soll. Oh, oh. Aber ist schon cool. So ein Ding als Waffe. Hat schon drauf. Ist richtig hardcore. Ein Schuss tot. Baby. Verdammt. Die Munition ist doch korrodiert. Also lass in der Höhle. Kann dir jetzt nicht mehr helfen. Ja, das sagst du nur. Damit ich dich nicht behalte. Gibst du doch zu. Gibst du doch einfach zu. Du möchtest nicht bei mir bleiben. Ich verstehe das schon. Bieber. Bieber, lauf. Heftiger Bieber. Oh, ist das? Nein, das ist nichts. Okay. Oh, rede ich überhaupt für richtig? Weil orientierungslos, wie ich bin. Ja. Bisschen Holz. Vielleicht könnte man was bauen. Hä? Da habe ich mir einfach nichts durchlesen in dem Spiel. Ist unglaublich. Die geben sich so viel Mühe. Weißt du? Und schreiben so viele Nachrichten und, und, und. Und ich, ich. Es ist mir nicht wert, eine einzige zu lesen. Ist unglaublich mit mir. Oh, wen machen wir hier? Schnell töten. Oh. Und ich. Oh, Jüngo, was war da? Wo war der? Schreib ich mir mal. Bilder... Hm. Den nicht. War doch hier. Bam! Oh Gott, ich könnte echt einen größeren Rucksack brauchen. Oh, hier geht's ab. Daneben. Da ist drauf, aber die sind auf mich aufmerksam geworden, oder nicht? Daneben, scheiße. Wow, wie er Gas gibt. Übertrieben, übertrieben. Na komm. Hoppala. Hm. Raider abschauen. Ey. Gleich mal töten gehen den Typen. Das ist... Das ist... Das ist vielleicht... Hundkrebs. Nur mal daran gedacht. Verdammt, abgehauen! Was? Ich bin ja doch hier, so schwer bin ich gar nicht. Ja, mit der Schottie. Auf Distanz ist ein bisschen... Ist ein bisschen kritisch. Ah, scheiße. Luft anhalten wäre das wesen. Oh, da lebt schon. Die Luft anhalten. Oh, ich hab mir den Auge wegballert. Oh, oh. Da verdient ich was. Ah, scheiße. Oh. 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 Ah, scheiße. Was ist mit seinen Armen passiert? Das ist irgendwie geil. Am Anfang... Oh, scheiße. Was ist mit ihm passiert? Weißt du, am Anfang waren hier noch... Siedler. Und jetzt sind hier Raider, weißt du? Äh... Ich weiß nicht. Das hat doch was zu bedeuten. Hä, klar. Aber... Trotzdem. Lass kurz oben noch looten den Typen. Wie's Pulver... Ich glaub hier oben gibt's nix mehr. Oh ja, warte hier. Ich weiß nicht. Kann man hier in dem Gebiet auch ne Atompompe zünden? Weil dann würd ich das machen. Müsst nur herausfinden wie das funktioniert. Haha. Dann würd ich's machen. Ach, die Waffe ist auch gleich im Arsch. Ich muss die unbedingt alle reparieren. Ganz wichtig. Die dürfen mir nicht kaputt gehen. So bin ich überhaupt richtig... Naja, bissl... Bissl... Bissl dran vorbeigeschossen. Haben wir schon gedacht. Da stimmt was nicht. Oh... Was ist'n du für schönes? Der baut hier alles mitten im Weg, oder was? Oh, super. Oh, super. Oh, super. So. Ups, Entschuldigung. Verzeihung, ich bin ein bisschen antrunken. Endlich daheim. Ja. Endlich. Wo ist unser Mädchen? Das... Hast du Polly gefunden? Ja. Sol hat gerade erzählt, was da passiert ist. Ja, ja, ist gut. Du hast dein Talent dafür gerade im richtigen Moment aufzubauen. Ich darf nicht der Grund für Pollys Ableben sein. Hilf ihr! Ja, ich hab' ja... Hey, du gibst die Suche nach Polly doch nicht etwa auch. Ach so, ja, warte mal. Ich muss... Oh, okay. Ich war schon, ich war schon am Plan, am Plan. Ich muss Polly... Polly Polly? Oh Gott! Polly? Wow! Du siehst nicht gerade gut aus, meine Liebe. Fühl mich auch nicht gut, Duchess. Nun, warum legst du sie nicht ab? Äh... Die Kanne sollte gehen. Okay. Ziemlich eng hier. So geht das überhaupt nicht. Oh, Polly. Oh, Polly. Das ist alles meine Schuld. Nein, Solomon, hör auf! Das ist nicht... Äh... Duchess? Hast du den vorher ausgeleert? Habe ich etwa... Nein, ganz bestimmt... Duchess? Kein Problem. Kein Problem. Ich kann das beheben. In Summersville gibt es ein Robotergeschäft. Es... Ah... Oh, wow. Solomon, du gehst nirgendwo hin. Bitte, verzeih die Frage. Aber besteht vielleicht die Möglichkeit, dass du uns hilfst? Es wird sich für dich lohnen. Finde diesen neuen Körper für Polly. Dann erzähle ich dir alles, was ich weiß über Crane und seinen Schatz. Das hat sie vorhin auch schon gesagt. Bitte sag ja. Wunderbar, danke. Hier, nimm diesen Ortungssender. Befestige den einfach an Pollys neuem Körper. Wir übernehmen dann den Rest. Und nimm das hier und bring es im Geschäft an. Lass es unverriegelt, damit wir den Körper später abholen können. Und stell sicher, dass er neuwertig ist. Kein Schaden. Keine Umprogrammierung. Alles auf Fabrikeinstellung. Beim Transfer darf nichts schief gehen. Ich wiederhole mich nochmal. Sorry. Danke. Wenn du das erledigst, schulden wir dir echt was. Okay, cool. Level 10. Jetzt schau mal, was wir kriegen. Kriege ich jetzt noch was? Normalerweise kriege ich was, oder? Ich kriege echt nichts mehr. Was war's? Kein Steampack, gar nichts? Okay. Nicht so geil. Kann die echt brauchen. Ich hab fast nichts. Was auf. Guck mal kurz. Ja. Was auf. Guck mal kurz. Was auf. Ich will unbedingt jetzt Waffen craften. Oh. No. 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 Banner. Hier. Langsam. Reparatur ist günstiger. Ich hab hier gar nichts, aber. Ich weiß schon gar nicht. Puh. Ich weiß schon gar nicht, was ich nehmen soll. Nein. Da, deine Impro-Waffen verschleißen 20% langsamer und die Reparatur ist günstiger. Oh Gott, ich will aber dieses Waffen-Crafting-Ding haben. Alle Pistolen haben wir. Du hältst Schloss knacken. Ja, das machen wir. Mal Schloss knacken, oder? Dann habe ich ein Skill wenigstens. 1-1-4, da kriege ich noch was ran. Hacker, erste Hilfe. Da könnte man Nahkampf rein. Obwohl Nahkampf nutze ich nicht. Aber, pff. Was soll's. Oh. Wow. Das ist echt kacke, dass ich dieses... ...dieses... ...Crafting-Ding noch nicht habe. Oh. Oh. Täkek... Ich entgege. Das finde ich oft zu spüggen. Das nehme ich eben, glaube ich. Ja. Prof tot. gut haben wir alles zerlegt was haben wir dann noch hier kleidung lederrüstung post ich glaube das können wir zerlegen ja wenn wir zerlegen das brauchen wir nicht diverse notiz oder schrott und tun wir hier ich glaube wenn die mods trainer sind das ist schon ein ordner oder munition mini atombombe das wiegt ja heftig viel und die tun wir dabei weg die brauchen wir da weil ich die pfeile tun wir dabei auch weg leuchtiger tun wir lieber 50 kann man auch weg tun die kann man auch weg tun musionskern was soll noch oder nee ich habe die dinge nicht mit den millimeter 50 patronen braucht 50er brauchen wir glaube ich auch gerade nicht 45 habe ich auch gerade nichts brauchen wir auch nicht mit es wiegt ein bisschen es wiegt aber nicht viel 38er patronen muss sich herstellen wenn möglich bitte viel kriege ich nicht hin den millimeter geht noch ich habe zu wenig blei oder ich muss mehr blei rausholen irgendwo rot patronen explosiv munition die atombombe rakete schenke aha wir könnten mal wir könnten mal die geschenke öffnen die wir gekriegt haben wirklich die waren unter hilfsmittel da haben wir dann so kleine geschenke haben wir vier was war da drin was waren da drin noch ein bisschen kohle bei dem anderen weiß ich es nicht dass nichts rauskommen kann das sein kann das passieren dass einmal nichts rauskommt modifizieren wird nichts bringen weil ich lebele ja nicht das nervt präzision um 51 erhöht das hätte ich gern gleich ein bisschen mehr damage machen das ist egal standard wie sie hier standard standard da kriege ich nix mehr raus jedoch glaube ich gar nicht mehr oder kann das sein dass man da gar nichts draufklatschen kann rasantes magazin ich muss waffen schmied leveln das geht so nicht schau mal vielleicht können wir eine herstellen eine gute maschinen maschinen ja genau 44 nahkampf impro ach Gott ja ich glaube ich glaube ich lebele so schnell nicht waffen schmied denkt das dauert zu lange wo müssen wir eigentlich jeden damit ist gleich was was ist das hier ach so das hat schon wieder eingenommen ok ok und da kann ich nicht ganz zu viel schnell hinreisen an hier müssen wir laufen noch so viel zu entdecken da reicht ja das büro des bürgermeisters ne uhr kein bock drauf ja youtube das wird's gewesen sein ich bedanke mich recht herzlich fürs zusehen ich hoffe ich konnte euch irgendwie unterhalten ich mach dich mit doch das war schon verrat ok ich bin schon heftig müde ein bisschen haben wir noch zu tun ein bisschen sehr viel noch und da kommt nicht mehr ich kann immer reden youtube das wird's gewesen sein danke fürs zuschauen macht es gut hart rein und immer brav sein tschüssi